so moin und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen video in diesem video spielen wir wieder horizon zero dawn so hieß das game ich hab kurz den namen vergessen und wie ich auch gesehen habe kommen auch die ganzen parts für euch auch sehr gut an also was heißt sehr gut ist es ist halt okay das kann ein bisschen besser ja im letzten paar haben wir diese ein jungler jungler gerettet haben angefangen zu lernen für die prüfung die kommen wird damit ich keine ausgestoßen mehr sein werde ja war das los nein wir müssen reden ich habe über den training nachgedacht du kannst jagen du kannst überleben aber ich fürchte eine lektion fehlt noch willst du sie jetzt lernen natürlich ich lerne alles was du mir beibringst hier gab es kürzlich ärger das gibt uns die chance für diese lektion doch sie ist gefährlich sei vorbereitet oder du stirbst geh ins becken hinab und jage bis du die teile für feuerpfeiler hast wenn du die teile hast treffen wir uns hier am tor hinter dem dorfmutter herz das motor umrande der umfassung ja mach dich auf den weg ist sonst noch was mit dir nein mir geht's gut ich besorge die teile aber ich werde auch bei kastro beischauen dieser mann bricht das gesetz wenn er mit dir spricht und ich bin froh darüber ich will eine stolperfalle und niemand sonst verkauft ein ausgestoßen dann solltest du sie auch laden du wirst sie heute nacht brauchen können das klingt geheimnisvoll okay wir sehen uns am nordtor was hat der vor so ich brauche jetzt läufer wir speichern auch bei jedem lagerfeuer damit er das halt gespeichert ist so bevor das game abspielt wie in den nightmare ist halt auch falsch eingibst du ich dachte es gibt nicht okay ich muss eine herde suchen okay ich muss echt schon weit laufen leute ihr könnt mir ihr könnt mir gerne mal sagen was ihr in den ferien so macht wenn ihr die schule noch besucht oder ob ihr arbeiten müsst weil ihr einen minijob oder sowas habt das interessiert mich halt schon so ein bisschen bei mir ist es so ich habe ferien ich habe aber trotzdem auch noch arbeit genau ja ok hier ist gleich chaos und hier ist ein lagerfeuer wo ist der wo ist der das war ja gerade durch aber auch wenn ich angezeigt habe ich eigentlich meine fähigkeiten war nicht ausgerüstet ok das ist auch wieder weg gewesen das video nämlich am anfang war nämlich auch wieder da das wird eine laute sache bam bam da sind die läufe abgehauen ja jetzt geholt den habe ich hops genommen da ist ja noch einer locker das ist ne ja ok das ist ein wächter ok ich dachte das wäre der läufer aber ich habe gar keinen läufer erwischt ach du kacke wie viele lore geben die mini hä oh äh werden die abgehauen ah hier wahrscheinlich oder ja komm mal lore das heißt ich muss sie treffen dann werden lore gedroppt oh oh so wo ist der erste ok der hat die noch dran gehabt so junge rennt doch nicht die ganze zeit weg ja wer hier ist das ist der hier vorne glaube ich oder ja komm mal alter wo kommt der denn jetzt her ja ding keine munition Oh fuck. Alter, die machen gut Damage. Was ich bei diesem Game auf jeden Fall weiß ist, dass ich diese Dinger irgendwann sämen kann. Es gibt nämlich eine Fähigkeit dafür, aber ich weiß gar nicht welche das ist. Ah ne, wahrscheinlich lerne ich den auch. Wenn man starb oder so. Kann ich da nicht hin, kann ich eigentlich erfri- ja moin, einer auf den ich komme jetzt nicht raus. Bei so flachem Wasser. Es wird Zeit, die Stolperhalle von Kast zu kaufen. Ich bin noch dabei, Junge. Komm mal runter. Jetzt voll. Ich bin noch gerade dabei. Wo gehe ich denn gerade hin? Dieser Typ. Ich bin noch dabei. Das Rechen ist vorbei. Beim letzten Mal hattest du eine Stolperfalle im Angebot. Hast du sie noch? Hab ich. Aber besorg du mir eine Plündererlinse. Was soll ich sagen? Spezialwaffen sind nicht billig. Oh, ich kann zahlen. Ich habe vor kurzem einen Plünderer erledigt. Und die Linse ist perfekt erhalten. Das beurteile ich. Zeig her. Eine Stolperfalle. Guck mal. Die kommt oben erstmal hin. Ich kann noch Sachen verkaufen. Was, was ich jetzt mal. Wenn du eine Stolperfalle hast, damit mal lieber woanders, okay? Mein Leben ist aufregend genug, ohne dass ein Haufen Sprengfallen hier herumliegt. Ehrlich. Jetzt sag los. Bist du später noch hier? Falls ich noch was kaufen möchte. Ich bin hier. Und wie immer bin ich an Teilen von allen Maschinen interessiert. Je besser die Teile, desto mehr Scherben zahle ich. Und sieh dir doch auch mein Inventar nochmal an. Wer war es? Vielleicht habe ich etwas, das dir bei der Erprobung hilft. Ich glaube, das war dann wohl alles. Okay. Bis demnächst. Ich habe, was ich wollte. Jetzt auf zu Rust am Nordtor. Kann ich eine Schnellereise machen? Weil Nordtor ist ja hier. Nee, aber ich kann. Hm. Ich muss jetzt vorwiegend die ganze Zeit laufen. Und auf geht's. Puh. Ich bin hier auch schon bald in der E4. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Kann ich rein, dass ich hier auch da lang laufe. Als kleine Abkürzung. Ich probiere es einfach mal aus. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Ja. Ja, wo soll ich sonst sein? Hast du die Feuerpfeile? Hab ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Regnus. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Habe ich ihn ja schon gefragt, oder nicht? Nein. Mir geht's gut. Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Abhobung? Was passiert ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Ich war übrigens bei Karst und hab mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist dir auch wert. Oh, vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werd mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Man öffnet Ausgestoßenen. Manche Verwandte waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Okay. Diese Leiche. Was für eine Bestie war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne. Und sie sind etwas Neues. Etwas Wichtiges. Seit sie vor zehn Jahren folgenden Tag. Es ist nicht wahr. Sie sind bitte. Was ist damit passiert? Eine Maschine. Das war's. Was für eine Maschine. Ein Wächterkadaver. Ich hol mir die Teile. Achte auf den Weg. Dann sind eigentlich noch andere Schwachstellen. Außer, die hat nur das Auge. Aber stimmt, ich kann mir mittlerweile so eine Art Attentat auf die machen. Warum jagen die Stammesfäger nicht diese Maschine? Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Wie lange geht der Paar da irgendwie schon? Das frage ich mich gerade. Ich habe ja gesagt, dass jemand die Mission macht. Eine Holzhütte zerstört von Sägezähnen? Wie viele waren das? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Weih, what the fuck ist das? Hm. Ja, moin, Digga. Krass. Ich hole gerade echt eine gute Frage, wo ich meine Fallen aufstelle. Ich würde dazwischen, glaube ich. Ah, nee, dazwischen passt da nicht durch. Schade. Da oben komme ich nicht drauf. Ja, doch würde gehen. Die Frage ist nur, wie. Ich muss auf diesen Berg. Das ist nicht lang genug. Okay. Du bist nicht auf diese Seite und aus. Ja, danke. Ich mache das meine Frage. Das ist nicht vorbei. Ich mache den discernen. Danke. Ich kann das vergessen. So. Ihr ist sicher zu müssen, Okay, der hat... Wo ist die Schwachstelle? Unter seinem Rücken? Ja. Ich bleibe doch nicht genug vor mir stehen. Okay, ich glaube, das könnte easy sein. Ich glaube, das könnte easy sein. Ich weiß nur, dass der Park mittlerweile 20 Minuten geht. Das habe ich gehört, oder? Ne, schade. Oh, okay. Oh, jetzt hat er mich entdeckt. Scheiße. Oh, der ist tot. Loll, der ist aber gestorben, Digga. Krass. Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Hey, Loi. Überleben erfordert Infektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein. Folge mir. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt? Wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung. Aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagst es, ich brauch sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, wie es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Wir sind hier fertig. Folge mir. Ich glaube, das war es mit dem Mission, oder? Es dämmert. Letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Werden wir. So, Leute. Ich würde aber auch jetzt sagen, das war es mit diesem Part von Horizon Zero Dawn. Falls euch dieser kleine, etwas längere Part gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert gerne diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos von mir. Und ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.